Ja, Hallöchen, wir spielen... Ah, Pepsi in Minimotorways. Nee, wie war das? Für jeden, der das Spiel noch nicht kennt. Wir haben ein Haus, wir haben eine Arbeitsstelle, basically. Wir können pausieren, ne? Und wir müssen das Haus zur Arbeit bringen. So, dann kommen immer so Pinüppel, so Kartenpins. Und wenn das Ding voll ist, haben wir verloren. Deswegen nehmen wir das zweite Haus hier und schieben das da mit ran. Ja, und je nachdem, was wir so brauchen, fahren die da halt hin. Na, also noch können wir nicht groß viel machen. Wir sind einfach erst mal da. Naja, das ist so vielleicht eins der Sachen, die wir vielleicht ein, zwei Runden noch machen können. Und dann vielleicht noch mal eine Päcklenrunde. Wir können auch hier Highspeed machen. So ist es nicht, ne? Weil viel passiert ja am Anfang ja auch nicht. Na, es wird dann interessanter, wenn wir zu dem, zu mehr Sachen kommen. So. Guck mal, jetzt ist was passiert. Hier ist auch noch ein gelbes Haus. Das heißt, wir können natürlich hier so eine Straße irgendwie dahin hieten. Das ist aber Schwachsinn. Wir sagen einfach, die beiden Häuser gehen im Zweifel direkt da hin. So, und er geht auch im Zweifel hier direkt hin. Sparen wir uns ein bisschen Straßen. Ne, und eins reicht im Zweifel auch für, für so ein Ding hier. Für so ein Ding. Ne, deswegen, alles noch safe. Wir haben jetzt auch nur eine Farbe. Das wird noch, das wird noch mehr und die Häuser werden auch noch geupgradet. Das heißt, die, die brauchen mehr Zeug dann. Immer wenn eine Woche um ist, bekommen wir mehr Sachen. Bekommen wir hier unten Ausfallsachen. Ne, ich will das bitte fest haben. Ne, wir kriegen hier ganz viele gelbe Cluster, aber wir brauchen die gerade gar nicht. Deswegen lasse ich die auch erstmal in Ruhe. Ne, wirklich, wirklich viel brauche ich davon nicht. So, wir können jetzt sagen, wir möchten Ampeln haben oder wir möchten einen Kreisverkehr haben. Ich sage, ich möchte erstmal einen Kreisverkehr haben und wir gucken mal, was passiert. Die Maps zoomt ganz langsam raus, wie man hier unten sieht. Um uns mehr Shit zu geben. So, aber hier ist ja erstmal kein Problem. Ne, wir, 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 wir machen hier ganz klassische Segregation, Se-se-segregation. Ne, wir wollen einfach nicht, dass die Farben sich irgendwie untereinander mischen. Natürlich nicht rassistisch gesehen, sondern rein Effizienz gedacht. Ne. Im Straßenverkehr gibt es kein Rassismus, da gibt es nur Effizienz. So, wir müssen mal gucken, die Häuser können sich im Zweifel auch upgraden. Nicht, dass wir da Probleme haben. Wir haben auch nur eine Brücke. Das heißt, äh, der Fluss und auch der Fluss, der hier hinten gleich kommt, die könnten dann zu einem Problem werden. So. Und den will ich hierhin haben. Man könnte jetzt, ne, überall so Straßen reinsetzen und sagen, damit da keine Häuser oder so spawnen. Aber das, äh, finde ich persönlich. Ja, ihr könnt das Handhaben, wie ihr wollt. Finde ich ein bisschen, äh, geschummelt. Ne, deswegen mache ich das nicht. So. Komm, darf, darf er auch mitfahren. Ne, wir, wir haben ja aktuell noch Straßen, also verbinden wir den Bums auch. Na, ihr seht schon, die haben hier eine relativ lange Fahrzeit, deswegen sind hier durchaus mal ein, zwei Pinöpel gleichzeitig. Aber ist alles noch cool. Oben rechts ist unsere Punktzahl. Ja, aktuell haben wir kein großes Problem mit Straße. Nehmen wir den zweiten Kreisverkehr. Den können wir auch bestimmt irgendwann nutzen. Wir haben jetzt relativ viel Platz bekommen. Ich gehe mal davon, dass wir demnächst auch mal Fluss-Action haben müssen. Oder haben werden. Okay. Oder mehr Gelb. Ne, dass sie sich upgraden. Ne, ich würde auch jetzt schon mal hier so einen zweiten Boy hin verbinden. Ne, weil der ja doch ein bisschen mehr kriegt. So. Und jetzt müssten wir sehr viele Straßen aufopfern, um hier hinzugehen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage nicht, dass wir so verbinden. Ne, weil dann haben wir so eine Kreuzung. Wir verbinden das etwas weiter hinten. So. Ja. Ne, haben wir auch hier uns angebunden. Ne, weil dann haben die hier den direkten Weg dahin. So. Das ist erstmal nicht allzu schlimm. Weil ich theoretisch ja einfach diesen hier machen kann. Oder halt auch außenrum. Ne, machen wir das so. Dich will ich eigentlich gar nicht verbunden haben. So, machen wir das so. aus dem Grund, dann muss ich mit dem hier erstmal nichts machen. So, gut. Jetzt, äh, hat das Game quasi für mich, äh, schon entschieden, dass ich den hier nutzen will. Ne, ich mische ihn, bis ich hier oben Platz habe. Dann können wir gucken, dass wir den vielleicht, äh, einzeln machen. Ne, aber wir sehen ja relativ viele, die hier schon rein spawnen. Ja, und das ist das Problem so ein bisschen, aber noch passt es. Ne, ich habe auch relativ viel Straßen verschwendet dadurch aktuell. Das sollten wir in Zukunft nochmal irgendwie aufbohren. Ne Autobahn ist eine geile Sache. Denn was wir machen ist, der Junge, der kann erstmal da bleiben. So. Wir nehmen die beiden Boys hallo und verschiffen die von hier nach hier. Da haben wir immer noch genug Möglichkeiten damit umzubauen. Ne, links und rechts. Damit können wir arbeiten. so, jetzt ist die Frage. Wie kriegen wir hier unten schwarz hin? Und die Antwort hat uns das Spiel eigentlich schon gegeben. Nämlich so. Wenn wir das so machen, haben wir eine Kreuzung. Wenn wir das so haben, dann könnt ihr einfach rauf fahren, ohne dass, ohne dass die Große Speed und so einen Quatsch verlieren. Ist das nicht optimal? Die Straßen kriegen wir auch alle zurück, sobald die Autos ihren Weg da beendet haben. Dann haben wir auch wieder einige übrig. Seht halt. Miau. So, was ich aber, ich weiß noch nicht, ob ich den weiter unten verbinden will. Für den Moment lasse ich das erstmal so. Ne, die haben einen recht langen Weg, deswegen kann es durchaus mal sein, dass sie sich ein, zwei aufstauen. Aber das ist jetzt kein Riesenproblem. Ne, weil die fahren ja alle. Solange hier noch kein Stau ist, ist das alles fein. Wir müssen vielleicht in Zukunft mal gucken, wo wir unseren Kreisverkehr sinnvoll einsetzen wollen. Ne, aber noch geht's uns recht gut, würde ich sagen. Ja. Warten mal ab, was passiert. Hier unten ist langsam Platz. Ne, das heißt, wir könnten Sachen spawnen. Normalerweise könnte man die hier jetzt aus-ixen, da wird da nichts spawnen, aber wie gesagt, machen wir nisch. In weiser Voraussicht nehme ich mal eine Brücke. Ne, eine Brücke gilt übrigens nicht nur für ein Ding, sondern für einmal rein. So, das ist eine Brücke, das ist aber auch eine Brücke. Ne, nur dass er das im Hinterkopf behaltet. So, und was, wo, wo, wo spawnt der Nächste? Ne, das ist doch jetzt, so langsam wird es auch ein bisschen voller hier, deswegen müssen wir da auch mal drauf achten, wo Shit spawnt. Okay. So, und das ist scheiße. Das ist in dem Sinne scheiße, weil wir zwei Sachen machen müssen. Wir müssen irgendwie unseren Schwarz verbinden. Da, da, kommen wir nicht dran vorbei. Na, wir könnten, wir könnten sagen, Gelb geht hier ran. Ja. Und ziehen Schwarz dann, hier unten durch. So, der kann gerne hier ran. So. Ja. ist nicht schön. Na, und dann stört es auch nicht, wenn der hier dran geht. Doch, stört es. Oder? Nee, eigentlich will ich ja lieber dann so'n Ding hier haben. Kann ich hier nicht in die Mitte durch? Nee. Natürlich, Scheiße. So, ist das schlau? Nee, eigentlich nicht. Mach ich mir hier zu viel Gedanken? Wahrscheinlich. Aber egal, warte mal, wenn ich den hier aber einzeln tapp, dann ist das für den Moment ja auch fein. Weil der braucht ja nur einen. So, blau und blau. Na, deswegen in weiser Voraussicht, schon mal, habe ich mir eben eine Brücke gegönnt. Weil sonst hätte ich den nicht mehr so easy anbauen können. Warum habe ich eigentlich zwei Brücken verbraucht? Ach ja, jetzt habe ich zwei Brücken verbraucht. Ha, 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 ha. So, du gehst hier rüber und du gehst dann mit hier rein. Haben wir das auch geklärt. Nee, die ganze Situation hier gefällt mir nicht. Da würde ich gerne eine Autobahn reinziehen. Entweder für schwarz oder für gelb. Ja, guck mal, das ist doch fein. Weil ich ja eh die Autobahn hier habe. Na, das heißt, binden wir den Jungen einfach hier mit an. Würde ich sogar sagen. Und dann, wenn wir hier in den Kreisverkehr reingehen könnten. Na, nee, das ist auch Schwachsinn. Also die Idee war, die hier irgendwie noch weiter zu verbinden, aber lassen wir das erstmal. So, zwei reichen gerade so. Na, deswegen, mal gucken, was wir besser machen können. Der Müll hier gefällt mir nicht. Den müssen wir umbauen. So, jetzt ist das passiert, was ich meinte. Hier spawnt Zeug rein. So, du gehst einfach mit hier ran. Du gehst hier hinten ran und dann kannst du auch hier ran. Nee, kannst du nicht, weil ich keine Straßen habe. Das ist aber fein, weil das sollte reichen, um die so ein bisschen zu dingsen. Okay, wir haben eine Autobahn. Wir haben eine Autobahn, wir haben eine Autobahn, wir haben eine Autobahn. So. Jetzt. Der ist fein, wenn er hier ist. Der ist fein, wenn er hier ist. Jetzt. Ah. So, wenn wir die einmal wegnehmen. So. Und hier auch mal wegnehmen. So. Es spricht, spricht was dagegen, den Schwarzen so anzubinden. Wahrscheinlich. Aber das gibt uns nur mal die Möglichkeit, etwas besser hier... Nee. 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 Gucke mal, gucke mal, gucke mal. Pass mal, pass mal up. Ja. Ihr könnt mir noch folgen, ja. Das heißt, wir haben hier die direkte Verbindung für Gelb. Ja. Schnieke. Schwarz. Ziehen wir hier rüber. Ja. Das heißt, schwarz verbinden wir direkt hier mit. Und aber auch wahrscheinlich damit. so, Gelb geht hierhin, Gelb geht hierhin. Ja. Das ist fein. Praktisch brauchen wir das doch alles nicht. Weil wir haben relativ viel Zeug hier. Ja. Ja, gut. Hätte ich jetzt gerne... Äh, es reicht für, reicht für Gelb. So. Das heißt, unser schwarz kommt hier unten an. Und hier. Ja. Und... Ah. Das ist irgendwie hässlich, was ich hier gemacht habe. Na ja. Schwarz kommt da an, da an. Es kommt erst mal alles an, ja. Wir müssen mal ganz kurz warten, bis wir ein paar Straßen wieder haben. Vor allem die Autobahn. Und dann nutzen wir erst mal hier ein paar Autos, um da ein bisschen Platz zu schöffeln. So, das Ding ist, die müssen ja erst mal alle zurückkommen. Ja, moin. Aber im Zweifel hätten wir auch das. So. Jetzt haben wir das. So, ich... Sparen wir uns ein ganzes Haufen... Ganzen Haufen Zeug. Und dann von hier... Shit. Nach hier zu gehen. Ja? Könnt ihr mir soweit folgen. Gut. So. Sie ist das schlau, was ich hier tue. Das sieht alles sehr kacke aus. Aber noch geht's dem Spiel gut. Ich verbinde mehr schwarz. Die haben theoretisch eine Autobahnroute, falls sie es brauchen. Das hier gefällt mir noch nicht. Warum gefällt es mir noch nicht? Weil ich gar keine Häuser angebunden habe. Guck mal, das hier ist auch scheiße. Mach doch hier so'n Ding. So, ist... Ist ein bisschen knapp geworden hier kurzfristig. Und... Ja, gut. Der verbindet sich ja jetzt halt damit. Who cares? Können wir jetzt nicht groß anders machen. Das hätten wir auch geklärt. Wir gehen weiter mit der Autobahn. Ja, da ich keine Straßen hab. Keine Brücken. Muss ich das eh Autobahnen. Komm, machen wir das... Machen wir einen schönen Bogen da draus. Dann passt das auch. Na, du gehst hier mit rein. Du gehst hier auch mit rein. Gucken, dass wir irgendwie so eine nette Rampe immer bauen. Ja, ist gut. Was will er denn? So, ich seh den hier nicht. So, besser. Naja, lassen wir das so. Ja, wir haben hier immer noch ein Problem, ne? Das wir jedenfalls lösen können, indem wir einfach mehr Sachen reinschicken. Hoffe ich. Hier unten, nö, schwierig, schwierig. Aber noch okay. Ja, ihr seid hier unten ein bisschen gestrandet, natürlich. So, als gelbe. Oh, das wird schon passen. Damit kann ich ehrlich gesagt leben, weil das ist alles nett geklastert hier unten. Ja gut, ist auch ein bisschen viel natürlich, aber passt schon. Aber passt schon, habe ich dir gesagt. Du musst da nicht noch mehr reinhauen. Ähm, ich nehme Brücken mit. Ja, ist gut jetzt, ne? Reicht dann auch langsam, ja? Hier hinten ist alles wieder fein. Hier ist auch noch alles fein. Hier ist auch alles fein. Na, hier gefällt mir das nicht, aber da drückt. Dort überleben wir. Ja. Gut, machen wir die auch hier rauf. Und ziehen uns die schwarzen hier mit runter. Hier ran. Na, die können wir auch dann hier ran schieben. So. Na. So, hier würde ich gerne den Roundabout haben. Kriege ich aber nirgends sinnvoll rein. Na ja, dann ist das wohl so. Oder komm, in weiser Voraussicht machen wir hier einen rein. Ja, wird nicht schön sein, wird nicht effizient sein. Aber muss reichen. Hier ist man auch immer mehr blau. Das ist, äh, okay. Weil wir haben ja das Supply an gelb hier unten. Was wir so ein bisschen dafür kannibalisieren können. Hier kommt immer mehr schwarz rein, ne? Na gut. Das schwarz, was wir haben, wird auch ohne den, äh, der Tiersch, äh, irgendwie. Dingsen können. So, der hier ist komplett lost. Mit dem können wir gar nichts anfangen. Der ist einfach da. I guess. Na, ich muss noch so ein bisschen im Auge behalten, was hier überall passiert. Aber, noch haben wir keine riesigen Baustellen. Der hier ist, äh, It happened. It fucking happened. Eigentlich nur noch eine Brücke. Könnte ich das da mit ableiten? Ähm, ja. Ja. Das wird ja wohl okay sein, oder? Ampeln. Ampeln, Ampeln. Ich weiß noch nicht, wo die Ampeln gut sind. Ich muss mal gucken, wo sich so ein bisschen das, das staut alles gleich. Unser Pink ist einfach. Unser Pink kommt nicht da an, wo es hin muss, ne? Das ist so ein bisschen unser Problem gerade. Die Wege sind einfach zu lang. Und das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Ich meine, die leben zwar, aber... Ich meine, die sind mit verbunden. Das ist fein. Das heißt auch, dass ich durchaus auch den hier machen kann. Woraus geht es, das ist geampelt. Ne, um nochmal extra ein, zwei Viecher da reinzukriegen. So, und den schieben wir auch einfach mit rein. Wenn er will, kann er da hinten hinfahren. So, ihr seid netz aufgeteilt. Und hier hier hinten auch. So. Passt hier alles schon irgendwie... Ja, komm. Für was denn? Für was denn? Autobahn, okay. Ich will ne direkte Autobahn von hier haben. Zack. Die nach hier unten geht. Und dann... In den Kreisverkehr rein. Das heißt, die verteilt sich hier, 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 hier. Wupp. Nice. So. Und dann... Tut die alles machen. So, hier. Wenn ich hier einen Kreisverkehr ran mache. Ergibt das Sinn. Nicht wirklich. So. Ähm... Hm. So. Die will ich aber alle ja hier ran haben. Außer den vielleicht. Aber den lass ich erst mal da, weil der hat ne Ampel. So, das heißt... Das kommt rein. So. Die hier will ich nicht mehr haben. Das heißt, was machen die Gelben? Was machen die Gelben? Die beiden... Können... Und jetzt wird der Kreisverkehr nämlich doch wieder relevant. Zack. Brauch hier den Access. Hier ist die Ausfahrt. Dann können sie hier direkt am Kreisverkehr vorbei. Außer die Gelben, falls sie da rein wollen. Ähnliches hier für die Gelben. So. Und du? Weil dann haben wir Gelb so ein bisschen... ...aufgesplittert. Wenn wir den da mit reinschieben, dann würde ich den hier lieber da haben. So. Ist dat ne gute Idee? Ich weiß ja nicht. Lass es uns ausprobieren. Das ist ein Problem. Ist es ein Problem? Nicht unbedingt. Und zwar, wenn ich die hier wegnehme. Ja, und dann? Dann habe ich hier gar kein Geld mehr, ne? Doch. Ich hätte Geld von hier hinten. Im Zweifel. Das ist aber nicht genug. Ne. Der muss hier eigentlich schon rein. Der muss hier schon rein. Der muss hier schon rein. Der muss hier eine Autobahn für wasten, ne? Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. So wird unser Lila jetzt weniger hier hinten. Mehr oder weniger. Wir haben aber keine Riesenstaus. Hier unten, der skaliert ist halt trotzdem, ne? Moskau irgendwas. Wir haben 1000 Punkte erreicht. So. Jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch. Wir haben aber genug, was auf dem Weg ist eigentlich. Wir können nicht mehr anschließen. Hör doch mal auf, die Dinger da unten zu spawnen. Wir brauchen nicht mehr davon. Holy shit. Ja, was mache ich denn? Ich kann, ich kann nichts mehr machen. Die sind alle verbunden. Die sind nur zu langsam. Ich kann den Fluss ein bisschen regulieren vielleicht noch, aber viel mehr jetzt auch nicht. Das ist irgendwie richtig gemissmanaged. Oh, ein Kreisverkehr. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. I guess. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau da rein. Bye.